Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um den Erfolg Milkshake. Und zwar müssen wir für diesen Erfolg zuallererst mal den Zauberspruch Flipendo lernen, denn wir müssen ja 10 mal eine Kuh damit umflippen. Und zwar, um Flipendo zu erlernen, müssen wir zuallererst mal die Professor Garlicks Aufgabe Nummer 2 abschließen. Wie gesagt, da kriegen wir den Zauberspruch her. Falls ihr jetzt nicht wissen solltet, wie man die Pflanzen dafür bekommt, um die Mission abzuschließen, guckt bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich habe zu allen 8 Pflanzen ein Video gemacht, dafür gibt es ja auch einen separaten Erfolg. Und zwar, wie ihr seht, wir müssen hier die 3 Stück gleichzeitig aktivieren. Die heißt einmal Venemosa, Tentacular, Aulraune und chinesischer Kaukohl, die einfach egal wo gleichzeitig auf den Boden schmeißen. Und wir müssen da noch Flussgras einmal sehen und ernten. Und sobald wir das dann eben gemacht haben, können wir quasi jetzt zu Professor Garlick gehen. Die befindet sich ja hier unten in ihrem Gewächshaus. Dann reden wir einmal mit ihr und ihr kennt ja das Spielchen schon. Wir müssen jetzt quasi eine Linie ziehen und abwechselnd ja unsere Knöpfe drücken, um erstmal den Zauberspruch zu erhalten. Und haben wir jetzt den Zauberspruch, zeige ich euch gleich eine Stelle, wo wir quasi hingehen, um die Kühe umzuschmeißen zu können. Beziehungsweise ist halt eine Position, wo sich Kühe befinden. Das ist einmal hier vorne, da einfach hinlaufen oder wenn ihr die Möglichkeit habt, hinreißen oder hinfliegen. Vergesst auch auf jeden Fall natürlich nicht Flipendo auszurüsten, sonst geht es natürlich schlecht. Und zwar sucht ihr euch jetzt eine Kuh aus, egal was für eine. Und ihr flippt die jetzt zehnmal um. Ein kleiner Tipp von mir, wenn die Kuh auf dem Boden liegt, dann müsst ihr manchmal so ein bisschen warten, bis ihr die wieder neu umflippen könnt. Das funktioniert oftmals dann einfach nicht, zumindest war es bei mir so. Deswegen einfach dann kurz warten, bis sie wieder aufgestanden ist und dann wieder umflippen. Wie gesagt, das Ganze müsst ihr jetzt zehnmal machen und dann solltet sich für euch der Erfolg freischalten. Und ja, ich würde sagen, das war es wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und man hört sich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.